ich habe jetzt die restlichen letzten karten noch zu ende verjüngt wenn sie immer kleiner und eben dann hier abgeschnitten und abgeflammt und zur sicherheit damit es nicht mehr aufgeht mache ich jetzt hier einen tagling drauf mit speziellen tagegarn das ist die nema hoch beanspruchtes material gewachst und da möchte ich jetzt einen genähten tagling drauf machen ich bin mit so einer stricknadel hier durchgegangen möglichst so damit ich die kartele nicht verletze durchgefahren und das ende des tagegarns das eine ende knicke ich um und wickel es ein ich wickele jetzt nach oben so dass ich dann mein tagegarn eben das ende hier schön sauber einwickel dabei immer straff ziehen und eben auch ordentlich das ganze wickel ich wickel jetzt dieses ende ein